Hallo Leute, herzlich willkommen auf Pinker Mars Rano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Zürich. In der letzten Folge haben wir diesen kleinen Team hier, heißt der glaube ich, getippt. Wenn mich nicht interessiert, soll ich. Und ja, den haben wir auf jeden Fall gerettet. Jetzt sind heute zwei. Es gibt nichts, dass wir machen sollen. Und hier auch nichts von vorne. Das ist ein bisschen blöd. Kamera ist ein bisschen weg. So. So, wenn ihr irgendwas bauen. Wir machen hier auf jeden Fall alles kaputt, weil wir ja alles wohnen, dass das irgendwie haften. So. Wir sollen irgendwie da rüber. So, dann brennt der so schnell. Kommt jetzt auf der anderen Seite. Ah, aha. Kommt jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Gut, wir machen jetzt auch einfach alles kaputt. So. Alles gerne. Machen. Platz. Platz. So, jetzt. Hm. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt. arry. Okay. Ja, jetzt. So. Wie. Dann. Diese Kamera. Was ist mit der Passiere? Okay, wir sollen auf jeden Fall diese blauen Dinger aufbreiten, aber was machen solltet man das? Okay, okay. Okay, lass mal weiter gehen. Okay, überall kann man hier was kaputt machen. Okay, okay, okay. So, hier schön alles einsammeln, damit wir, nein, nicht verschwinden. So, hier, die bleiben sie hier. Doch, das ist die ganze Künfte. So, das ist die ganze Künfte. So, das ist das Spiel, weil ich das selber schon hier zu kassel. So, das hat halt noch keinen Juckoo gemacht. Bin ich da schon so ein bisschen. Aber was jetzt genau noch passiert, weiß ich auch nicht. Oh, das war wohl die jetzt nicht springen. So. 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 Okay... Ich bin hier, okay. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, habt ihr die kompletten, also die ganzen Thieme von, ähm, Rego, äh, von Jovesty gewirkt, äh, oder nur zwei. Er ist auf jeden Fall da hinten. Ich muss da hin, Kimi hin, Kimi ist weg. Ah, hier ist er ja. Schön alles rein sammeln hier, tat, tat. So, kann man hier speichern, oder was? Ja, dann will ich das auf jeden Fall tun. Ne, komm mal nicht. Ah, hier geht's frei. Gut, dann gehen wir mal rein. Willst du etwas Neues? Sieh da unten nach. Triceratops ist der Größe der gehörnsten Dinosaurier. Aha. Okay. Das Besucherzentrum liegt anderthalb Kilometer hinter diesem Hügel. Das ist natürlich schlecht, ne? Das ist natürlich schlecht, ne? Ja. 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 Ich will hier weg. Okay, folgt mir. Timo Junge. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ich gehe den Strom wieder anstellen. Das ist kein Spaziergang. Ich lese den Plan und gebe Ihnen Anweisungen per Funk. Kommen Sie, gehen wir. Erstmal falsch, auch im Ohr. Perfekt. Das ist doch gut, ne Wurst. Warum liegt da ne Wurst? Kommen Sie, hier lang. Ne Wurst. Das liegt da erst mal weg. Mr. Arnold? Mr. Arnold? Mr. Arnold? Mr. Arnold? John, ich bin drin. Okay, Leute. Was? Das seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Wir können aber tatsächlich ein bisschen kurz reinlaufen. Nach ungefähr 8 bis 10 Metern kommen Sie zu einer T-Kreuzung. Sie soll dem Hauptkabel folgen. Ich weiß, wie man einen Plan liest. Herr Rutt. Okay, ich würde sagen, wir machen wir es doch in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich werde jetzt hier einmal speichern. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Lerver vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Asando. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist der Show.